Wir waren ja gestern in Heidelberg und das war richtig toll, da schönste Stadt in Deutschland Wir haben mit Frank gechillt, vier Lieder hat er gesungen und wir haben auch mit fünf gesungen Wir haben einen neuen Tag gesungen und wir waren so klasse, wir waren super Und dann haben wir Panik getroffen auf der Neckarwiese Und dann sind wir mit dem Auto gefahren und haben den Bus von Martin gesehen und haben Frank, Frank und Mordin einen Zettel geschrieben Also der kommt von uns, wenn ihr es seht Franzi hat es geschrieben Die Vivian Pitch macht Genau, die Vivian Pitch macht Die leben auch getrunken, oder? Ich weiß von denen Ich weiß was Jetzt weiß ich was Ja, okay Jetzt sind wir in Nordheim Stadt von DWO Und Yeah Ja, und heute Abend wollte ich noch mit Lissi schreiben, aber wenn du das siehst, Lissi, ich meine schon viel Spaß in Frankfurt Lissi, es tut ihr leid Ja Es tut uns leid Und Noch was erzählen? Weiß ich nicht Weiß ich nicht In Frankfurt kam der Zug Königin, das ist jetzt die Rache davon Ja Weil wir sonst sind wir in Frankfurt, weil wir noch nie in Frankfurt waren Ja, wir haben vorhin gesagt, dass wir uns darüber gelästert, dass in Frank immer die Züge verspätet haben In Frankfurt In Frankfurt In Frankfurt, wenn du das siehst Was hat es mit der Bergstraße auf sich? Ja Ich kenn jetzt auch Marmarisch oder wie das heißt Mannimmerisch Wir können Fränkisch 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 Was ist das? Fränkisch wird in, äh, in In Franken In Frank... In Thalmessien gesprochen In Frankreich In Frankreich It's raining Ja, total Linke Halleluja Nee, Linke gibt's nicht mehr Ja, Linke hat's ausgelinkt hier Linke wohnt in die Stockstadt Ja Panik, wir müssen reden Ich möchte ja gerne sehen, wie er sich mit seiner Freundin schlägt Das geht dann BAM BABAM Und dann sagt er immer Ich fick dich auseinander als Krudeberry